hallo und willkommen zurück bei Grimworld. Dabei wollte ich die Begrüßung anders machen, weil mich immer dieses hallo am Anfang stört, weil immer wenn ich mir dann bei Adobe das zusammenschneide, höre ich immer, dass dieses hallo total übersteuert ist und total scheiße klingt, aber irgendwie mache ich es dann doch immer wieder. Was könnte man denn noch sagen? Einfach nur so moin oder einfach gar keine Begrüßung, sondern einfach los! Batman schmeißt eine Party, also die haben es zurzeit mit Party, die machen nur noch Party. Oh warte Party? Ich muss doch hier, ach ist schon aktiviert, okay. So die nehmen Bier, wieso holt ihr euch nichts zu essen? Was ist das zu weit weg? So jetzt, also die smoken und die trinken. Ist das dein Ernst? Hier ist doch nur wichtig. Ach, hier ist schon am Weg. Erstmal beleidigen, ja, alles klar. Kein Wunder, dass wir nie Bier drin haben. Also in der Verkaufsliste. Wir haben auch kein Orbital Kakao von da drin. Genauso wie hier, also unser Gold und unsere Jade wird gar nicht angezeigt. Wenn wir jetzt theoretisch hier einen rausrücken würden, hier bei den Wänden. Was ist denn hier passiert? Also das geht ja mal gar nicht. Huch! Nein! So. Müssen wir hier die ganzen... Am liebsten wäre, wenn man nur Stromkabel markieren könnte, dass der nur die Stromkabel wegruppt. Aber das kann er natürlich nicht. Aber das kann er natürlich nicht. Gleich haben wir es geschafft. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Lando? Aber wir haben doch gar keine Muntermacher, oder? Und wir stellen so viele, ich weiß auch keine her. Ich meine, wir könnten Muntermacher herstellen. Ich würde sagen, wir stellen einfach mal einen her. Stelle einen Muntermacher her. So, jetzt haben wir hier einen Muntermacher. Arbeitsgeschwindigkeit plus 50. Und so einen Teil könnte ich auch hier brauchen, ne? In unserer Welt nennt man sowas ja Kaffee. Nee, tatsächlich, wenn man das hier durchliest. Und wenn ich mir da so... Als Beispiel bei meiner Mutter. Habe ich glaube ich schon mal erzählt. Auch Kaffee, ne? Als Aufputschmittel morgens. Ohne... Aber auch viele Freunde, ne? Morgens. Oder Kollegen. Wenn die keinen Kaffee morgens trinken, kannst du nicht gebrauchen. Dann werden die aggressiv. Oh, jetzt habe ich den Rest gar nicht gelesen. Hier links. Bewegung erhöht. 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 Okay, Erschöpfung wird noch erhöht. Suchtgefahr 10%. Vergnügen schämlich 40%. Na gut. Ja, geil. Mach's aber gut. Erstmal hier schön herstellen. Wie sieht unsere Hochzeitstafel aus? Achso, wir müssen jetzt erstmal wieder Sandstein besorgen. Normal. Hier exzellent. Zwei exzellente. Perfekt. Dann können wir die anderen... Können wir schon mal deinstallieren. Oh, wir haben sogar einen Meisterlichen. Machen wir es doch so. Hallo? Wo ist es? Hier, deinstallieren. Wobei, sonst nehmen wir den Meisterlichen, behalten wir, also die beiden behalten wir. Und die hier werden deinstalliert. So, was haben wir denn hier? Wir brauchen zwei exzellente oder besser. Haben wir. Gut. Ne, wir brauchen drei. Also müssen wir noch weiter bauen. So, wie ich das vorgehabt habe. Gucken wir mal, ob das passt. Guck nur gerade. Ne, so nicht. Wo ist er hin? Hier ist er. Hier ist er. Also, wir müssen ja noch mal drauf 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 Vielen Dank. Krass. Ein kleiner Babyteufelsgarn. Ich hätte am liebsten Kalksteintische genommen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst. Abgelehnt. PK, warum findest du... Achso, wir brauchen mehr Schlafzimmer. Wir haben aber zum Glück noch ein paar Stühle. Sind das überhaupt so dicke Tische? Ich mein, es waren gar nicht so... Ich glaub, ich müsste eigentlich ein U mit diesen Tischen. Egal, jetzt machen wir Stick. Theoretisch könnten wir uns die auch sparen, aber ich mach's jetzt einfach mal dick. So, und dann nur außenrum Stühle. Das Ding hat aber eine Range, du. Das sag ich hier. Das Ding hat eine Range. Das Ding ist eigentlich ein bisschen weiter zu oben. Firefly hat immer noch eine Krankheit, oder? Ach, der hat den Glücklichmacher. Verdammt. Das beeinflusst alles, dieser Glücklichmacher. Och, nö. Ja, okay. Firefly. Ja, ich weiß. So, der hat viel Kohle, aber wir können bei Exotisch, glaub ich, nicht so viel verticken. Bisschen Neutramin. Wir könnten theoretisch Essen verticken. Oh, toll. Der hat viele Bauteile, aber die sind teuer. Hm. Ich hör' Feuer. So, was hat denn der? Wir haben zwei Lebern. Warum haben wir zwei Lebern? Niere, Lunge, Leber, bionisches Bein. Und dann eine Powerkralle. Aber die Frage ist, für wen? Also der eine hat eine Schnitterklinge und der andere eine Powerkralle. Powerkralle ist besser als eine Schnitterklinge. Wir haben schon so viele Elefanten getötet, aber wir haben keinen Elefantenstoßzahn bekommen. Oh, die kaufen Stühle. Ja, schick. Meine Fresse haben wir wieder viele Stühle. Wenn wir genug Geld haben, gönnen wir uns noch die Powerkralle. Okay, wir gönnen uns die Powerkralle. Ach, haben wir sogar schon dazu gerechnet, okay. Wir gönnen uns noch Gold. Meine Fresse, haben wir ja wieder diese Stühle, die knallen echt rein. So, die Exzellenten behalten wir. Wir müssen noch mal Stühle herstellen jetzt wahrscheinlich. So, die könnten wir theoretisch auch weggeben. Die Betten müssen wir noch austauschen. Ich überlege gerade, ob wir ein paar Sessel abgeben sollen. Wir haben noch vier, aber die behalten wir. Wir müssen ja noch Zimmer bauen. Ja, komm. So, ich nehme an, dass ich hier noch keinen gesamten Boden bauen kann. Nee, dann warten wir noch. Hier ist tatsächlich ein Dings kaputt gegangen. Gut, dann tun wir die Lagerzone weg. Lass sie da, da kann sie zündeln, da ist okay. Es regnet. So, wir haben sogar zwei legendären. Zweisamkeit. Irgendwann lesen wir uns die alle richtig durch. So, wo war es hier? Hier sitzt ja dann das Hochzeitspaar. Müssen wir natürlich aber auch überdachen. Wir sehen uns die nächste Jahrzehnte. So, wir nehmen uns die Schmennung. Wir sehen uns die Schmennung. Vielleicht haben wir hier auch noch mal ganz weiteres und das Schmennung. Wir sehen uns die Schmennung. Wir sehen uns die Schmennung. Die Schmennung. Wir sehen uns die Schmennung. Na komm, wir machen es hier hin Hier können wir den noch nicht So, Dach erstellen Ich überlege gerade theoretisch, können wir das Dach ja eigentlich weglassen? Weil die sollen sich einfach an einem Hochzeitstag im Sonnenschein ausruhen, weil hier ist ja auch nicht überdacht. Ich meine, wir sind jetzt hier im Dach, dann können sie auch immer Regen essen. Ne, wir gehen davon aus, dass es nicht regnet. Boah, legendär, krasse Kacke. So, dann können wir die aber schon mal abbrechen. Ja, den darfst du noch zu Ende bauen. Oh, wer hat denn hier weitergemacht? Hier sind die ganzen normalen, ne? Nur normal, ja. Haben wir noch Granit? Machen wir hier mal zu. Machen wir auch schon mal zu. So, warte, jetzt stellen wir erstmal durchgehend Beton her. Hey, Iron Man! Warte, achso, warte, Zone, Gebiet erweitern, Massenfertigung. So, dann könnte Iron Man eigentlich da schon mal weitermachen. Wir stellen hier mal gerade Granit hin. Dann könnte Iron Man, der steht ja auf Massenproduktion, könnte dann hier weitermachen. Während ich jetzt den Boden erstmal mal... Erstmal... Ach, das ist Mr. T. Erstmal reißt du bitte hier die Granitwand weg. So, Zone, Dach erstellen. Und die Decken bitte zuerst, also Ecken. Gut, nehm mal ein bisschen zu. Ja. 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 Okay, wir setzen die hier einen rüber. Dann ist der hier. So. Warte, jetzt pausier ich, weil jetzt habe ich gerade keine Lust auf das Schiff. So ist zwar nicht alles abgedeckt, aber das meiste... Ach ey, warum stürzen die denn auch immer mitten in der Basis ab? Wenn es nicht alles abgedeckt hat. Dann lacken andeinander. So wird es da auch eine Ab so wir machen es jetzt wieder riskant jetzt kommen noch die seltenen thrombos ich sollte mir den brandwerfer als erstes weg rufen na gut die sind gut dabei pika hat gar keine waffe wieso hat pika keine waffe ja gut der kann auch nichts hier kriegt er ihn oh wenn die hochgehen das wir gar nicht schön leute oh ich hab vergessen ist da noch keiner das schiff kaputt gemacht pika ich hab gesagt du sollst dir den gladius hier holen ja gut kommen die beiden rufen wir auch mal weg krass 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 so ich hab nichts dagegen wenn die dinge abstürzen aber mir wäre lieber wenn die nicht immer mitten in der basis abstürzen würden ich wollte es dir nur mal gesagt haben so aus welchem stein machen wir den dorfplatz warte wir holen erstmal die norm gerade wir stören die dinge her so poison hat auch ihr dinge verloren gut jetzt können wir mit dem boden weitermachen wobei noch nicht ganz wir machen erstmal alles beton so wenn iron man weitermachen würde dann äh wäre das schön wo ist der überhaupt ja gucken wir mal nach hat irgendeiner schwere schäden erhalten so wir haben eine power kralle und ein bionisches bein linke hand ist eine schnitter klinge so gehen wir die mal eine power kralle wer braucht noch ein bionisches bein wir fangen wieder links an oder warte wir gehen alles ring c gucken wir mal bewegung reduziert 96% ja den glücklich machen können wir den wieder entfernen schade oh linkes bein abgeschossen das ist ja praktisch also eigentlich also egal haben wir noch eine verletzung ich hoffe jetzt hat keiner mehr ein fehlendes bein hier ist noch eine einfache armprothese dürfen wir nie vergessen oh großhänder der yorkshire terrier ach ne der kommt so sorry okay wir waren bei chui aber hier fehlt fast echt jedem was ne also das ist traurig hier war auch eine einfache prothese er hat jetzt eine power kralle ich kann jetzt noch gut okay wo sind die händler wo sind die hier oben wir fangen ganz unten an so was haben wir hier liegen der die nehmen auch schlechte stühle praktisch ein meisterlicher hocker soll für uns jetzt einen schlechten blumentöpf können oh wir sind schon vom preis drüber müssen was kaufen scheiße ein parker können wir uns gönnen ah können wir kaufen mal stahl damit wir verkaufen können stoff natürlich alles bauteile alles neutramine alles wir könnten sogar mal kraftstoff verkaufen aber erstmal kaufen wir alles an fleisch und schokolade wir fangen natürlich wieder unten an hier den ganzen müll und rotz zu verkaufen teufelsgarn mit zum überlegen 93 prozent schaden man das ist alt kleider sowas sieht man nirgendwo an das ist hier gut 98 prozent müll wer braucht so nen kack hier steht t gar nicht hinter ne t von tod ich hab's hier noch nie irgendwie t von tod richtig nicht wenn ich falsch liege aber ich sehe es nicht t und tod sehe ich hier nicht also hier müsste bestimmt irgendwas von toten stammen aber hier steht kein tee hinter das ist schade hier das ist auf jeden fall von ne muss nicht von nem toten sein aber bestimmt irgendwas ist von nem toten also hier stimmt irgendwann nicht warum sollten wir kraftstoff kaufen wir müssen noch irgendwas kaufen bier scheiße warte wir die hatten noch irgendwie so ein super parker die hatten doch auch nen parker hier ne faultiermütze komm die ist gut hier die hatten doch auch nen parker zum angebieten hier so ein lego an parker zack auf den boden legen scheiß die folge ist vorbei und gar keine kommentare gemacht ähm ja ich mach hier die ls weg weil ich will hier ne neue aufteilung machen zum beispiel das kommt dann hier runter dann wird das hier größer und dann kann man ja vielleicht hier kommt nen n rein für normal dann kommt da drüber irgendwie nen g rein für gut und dann mal gucken ob ich nen ü hinkriege ein e dann hier ein m und dann hier oben ein l müssen wir mal gucken wie wir das hinkriegen mit dem l wird eng ist das dein ernst der baut jetzt da kopien hin ich hab doch gesagt ok warte wenn dann machen wir es komplett dicht dann machen wir es komplett dicht brechen wir die mal ab so jetzt geht der bis da so jetzt bauen wir ne kopie weiter den äh platzieren wir dann mal so ok der muss noch 2 nach rechts kacke perfekt bodenbeton bodenbeton so jetzt müssten wir alles drin haben ja alles drin gut machen wir es so ich überlege gerade hier noch eine lagerzone hin zu machen einstellungen kopieren einstellungen einfügen aber hier machen jetzt erstmal alles löschen wir müssen auch die stromkabel neu verlegen und die lampen müssen neu gesetzt werden und Untertitelung des ZDF, 2020 So Wir gucken mal, wenn die an der Seite sind Wie viel Licht wir dann haben Wo ist denn Iron Man schon wieder? Der müsste doch eigentlich hier irgendwie chillen Er trägt zu Beton, okay Und nachsetzt bitte mal die Lampen Wir lagern hier gerade auch mal Stahl, würde ich sagen Schön Ein wilder Affe, der uns jetzt alles wieder abschlachtet Wer sind die denn? Der kann sich gern bei uns behandeln lassen Oh Ist das nur eins? Schnell Macht ihn kaputt Warte, ist der lebensbedrohlich verletzt? Yep Mal kaputt Wobei das wäre jetzt eigentlich perfekt gewesen Dann hätten wir hier kurz zugebaut Dann hätten wir den geheilt Dann könnten wir den Wer eingesperrt Erstmal schön sauber machen Aber ich will sein Horn haben Die kassieren aber echt viel Ist eigentlich doch hell genug, oder? Also ich müsste jetzt nicht noch einen hier extra bauen Egal, lesen wir mal schnell die Kommentare vor Äh, genau Genau an der Frühschicht würde ich kaputt gehen Also Respekt, dass du das kannst Im Schichtsystem arbeiten Das Schichtsystem ist ja easy halt Nur Frühschichten ist kacke Erzähl ruhig mehr von der Arbeit Ist immer interessant Ja, also gerne ich von der Arbeit reden würde Darf ich gar nicht so viel über die Arbeit sagen Da ich ja Verschwiegenheitserklärungen So ein kack alles Aber ein paar Storys könnte man mal erzählen Aber jetzt erstmal nicht Okay, dann habe ich einen Schmerzstopper Mit den anderen Dingen verwechseln Jetzt ist es schon zu spät Folge es herum Okay, guck mal bitte Nach einer Taste Für Durchzappen Der Kolonisten Vielleicht Tab Nee Nächster Kolonist Letzter Kolonist Also Punkt Und Komma Und können wir zumindest mal gucken Ob jeder eine Waffe hat Na wo sind denn alle, ne Auf jeden Fall eine coole Funktion Ich skipp mal alle durch Wissen wir weitere Kommentare lesen Coole Idee mit Captain Picard Danke Sehr gute Folge Danke So, jetzt haben wir gemütlich gekippt Und die sind ja immer noch da So, dann machen wir hier einen Platz Und hier knallen wir die Kirche hin Mit einem riesen Friedhof Fehlt noch ein Orbital-Dings Wende So gut, das war's für diese Folge Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Und erinnert mich daran, dass ich hier Am besten in die Kommentare schreiben Dass ich jetzt hier Das, ne Oder habe ich das schon? Ach Habe ich schon Habe ich schon Falscher Alarm Wie sieht's hier aus Zwei der Tische stehen schon Die gehen ja nicht kaputt Werden die im Regen stehen Also hier, die gehen ja auch nicht kaputt Gut, das war's für diese Folge Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Also bis dann Ciao Ach, scheiße Och, nein Nein Das ist ja wieder typisch Lauf, Alkyre, lauf Okay, der rennt runter Das freut mich Hey, boys Ruhig Alter, du hast ein Wildschwein gekillt Was ist denn mit dir falsch? Och, nö Hört auf, meine Tiere zu töten Greif jetzt alle hier die Träger-Tiere an Kommen die mal runter? Boah, muss ich jetzt Ich muss alle Tiere zurückholen Na, wobei Jetzt kommen sie Ja, ich muss alle hier die Träger-Tiere anbieten guck mal der zieht sich schon zurück der weiß was ihm blüht hallo so die haben aber nichts kaputt gemacht die haben die ganzen tiere nur angegriffen warte hier liegt noch einer sonst müssen wir in zukunft wenn angriff kommt auch alle tiere irgendwie rein schicken auch ein bisschen lame so ausziehen wenn er überhaupt überlebt grauer star was mit dem anderen ist er jetzt tot oder was er ist wohl auf dem weg schon gestorben ok will ihn keiner irgendwie ach jetzt wobei wir können den bionischen augen verpassen komm den nehmen wir verpassen wir den biomischen augen wenn wir das nächste mal welche haben oder wie neben dem augen plan tun dem die implantieren nee das wird unser versuchsobjekt machen nur freundliche gespräche der ist ja auf entzug wir gucken mal beziehen bei dem den entzug durch bei dem der kann passieren was wolle da kann er nichts machen den ziehen wir durch fängt ausgefranste kleidung ja dann weg mit dem müll so der trägt glaube ich gar keine kleidung mehr gut jetzt war es das aber für diese folge wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann ciao